Auf und auf, ah nein das ist Füß, sechs, sieben, acht, neun, 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 neun... Du bist ein Arsch! Ja, das wusste gerade seit ich da ein bisschen reinzulegen, aber ja! Nach langer Zeit spielen wir immer wieder Rechengetierungen, gell? Ich sag kein Wort! Kein Wort! Ok, sag du mal kein Wort! Sag kein Wort! kein Wort die schon gesagt vorhin kein Wort ok Schicksalsgrüfte kein Wort um der Armin ist mit seinem Foto Leider gegen Wurzeln die Liedern sein da ist es besser man kann es als man spielt gut auf dem Lennreis und muss sich überlegen keine Ahnung wir wollen es machen wenn ich mich nicht was ist benutzen wir finden es kosten du weißt ja wie Gorn also müssen zu kreppet ein und wenn er unten da auch ein baum ist entscheidend anstoß das anstoß wie bei der Spinne Töten! Spinne! ist gut ruhig wird noch einmal auf Messers Schneide stehen Hallo Galatical! Hallo Sam! Hallo! du sahst schon mal besser aus definitiv so sieht man viel besser aus und der hat Hunger gib mein Finger zurück mein Finger ich bin ich bin ich bin ich bin das ist das ist das ist so komm her jetzt kraxelt er da ein bisschen rum ich hasse dich auch Gold ich hasse dich auch ganz toll also wie schon gesagt immer zu ich gehe vor lass mich in Ruhe ich bin das ist noch gar nicht die müssen sich das kommt auf der Welt zum Halt von Blasen zu jungen der nächsten Welt hier und er hat das Grund mehr lieb von den Treppen ich würde es nicht versuchen auf der anderen Seite der Brücke Ja, ja. Der taucht wo ganz anders auf. Er kommt jetzt gleich von hier. Hier stellt es alles ein. Au. Au. Das ist gut. Der will jetzt nicht, hä? Komm, zum Amt, zum... Oh, oh, oh. Was sind die Heiffragen, wenn man die braucht? Nein, das ist gut. Du bist. Au. Da ist einer. Äh, Blut. Komm, jetzt. Fall, endlich runter, tu uns denn. Gefallen, ja, 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 komm, jetzt, jetzt, jetzt. so nein ist gut der erste da war ein da war ungesund ein paar Wiener und das sie haben wir da lassen sie in den insofern kommt er nicht drauf das ist zum Handel und von der Zeit so ist es nicht zu halten ich würde ihn von der Handlaufen ja ja dann ist der Heilgang ich hoffe es nicht da hat Prozent und herzlichen hier in der Nähe die Gäste der Kompetenzen er kommt an zu mir kommt ja ich wollte die Dachländer auch nicht mehr stehen wenn er zum Beispiel mit dem Fall und auch ich glaube Lampen Prozent er sei auch froh um die politik die politik oder die Karte ich mach dir weh du blöde Sau du nein 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 nicht drücken blöser Volumen da du dich du nein ist es die falsche Taktik wir müssen gleich zusammenstehen dann kommt er dann wird ich bin nicht wo bin ich nicht obwohl ein Ring nicht passt egal ob er wieder hoch nein nein wo er abwärts ist die Bedeutung ist erhaltbar die der zusammenstehen er kommt er kommt er will er hat ihn er heißt und sterbe ich es ist nur das ja es ist ein Komponente Marienerts Wachensprung warum kriegst du weniger abwürdig ist nicht mehr lehren Leben habe Tore die guten Jungen Klinik aber und das war die Bahn ein bisschen heiß gebadet. Ja. Müssen wir jetzt noch rauslaufen? Nö. Müssen wir jetzt noch. Freuen wir an der Spiel geschafft. Prost! Ich hab nichts mehr zu kriegen. Er hat jetzt ganz böse geguckt. Wenn die uns mal vor der Wegkämpfung zeigen, wenn die dann 10 Millionen böse guckt. Wenn ich ihm so einen Spruch setze. Was passiert jetzt? Er kann einfach nicht mit Drucken gehen. Was? Kann es einfach nicht mit Drucken gehen? Die ganze Sache? Was passiert? Wurscht. Wett macht ihn. Wenn sie sich immer wieder können. So, wie Saurons verdirbtes Blut eins wurde. Mit dem Gold des Ringes So wurde ich eins mit meiner Magie. Drillt ihr lachen? Nein! Naaaai! Gandalf ist ein Idiot. Will Bungie jumpen ohne Bungie sein? Oder ist ein Genie. Er kann Bungie jumpen ohne Bungie sein ohne Bungie sein. Man weiß warum, an einem Bungie sein hat er Ich habe einen Ballrock gebraucht. Das epische Moment. Doch nicht. Ja, ich bin nicht der Mutif. So, was kommt jetzt noch? Wir sind nicht gestorben. Ja, es war knapp, wir sind nicht gestorben. Du hast noch mal allein. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Stimmt.